21. September 2020 Astrid, Claudia Schmutzler und Alex, Philipp Oliver Baumgarten, können ihren Streit beilegen und freuen sich auf die Verlobungsfeier. Doch dann kommen die manipulierten Bremsen ins Spiel. Pierre, Clara Apel und Freddy, Marco Valero, kommen sich näher und werden schließlich von ihrem ersten Mal selbst überrascht. Amelie, Lara Elisabeth Rentink, macht David, Arne Rudolf, dafür verantwortlich. Als sie erfährt, dass sie die Hotelanteile nicht mehr kriegen kann. Vivian, Anna Menniken, Wilfur Simons, Tore Lütje, Elternpunkten, aber das Essen wird spontan abgesagt.